In Kalkabeln zogen dutzende Männer das Riesenreptil aus dem Wasser. Es wiegt über eine Tonne und ist 6,40 Meter lang und damit doppelt so groß wie seine Artgenossen. Das Krokodil hatte die Bewohner des Dorfes im Süden des Landes wochenlang in Angst und Schrecken versetzt und soll sogar einen Fischer gefressen haben. In einem Naturpark soll das Ungetüm nun leben, natürlich hinter dicken Scheiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017